Was muss man beim Wachsen vom Turnski beachten? Das Problem bei den Turnen, du pickst dir die Felle drauf, auf die Unterseiten. Und wenn du es nachher runterreißt, wenn du oben bist, am Gipfel, dann reißt du es runter, dann bleibt immer ein bisschen was picken vom Pick. Und deswegen brauchst du ein Wachsel, das sich gut von dem Pick lösen lässt. Also nichts Synthetisches, sondern die Tendenz geht eher mehr, wieder zurück zu Tierfetten.